ein feuriges hallo und willkommen zurück bei wir sind heute mal mit den drachen unterwegs erinnert euch die haben wir groß gezogen sind gezüchtet und die waren noch nicht so viel raus dann lasst uns mal los ich folge dir ein rösti wo ist es hin irgendwo vor dir ach ist runter gepullt der kanu ist hier unten an den treppen verreckt ja hier oben rennt mann noch zwei rum gönn dir ich versuch's ja ich putter eben und komm wieder hoch du musst nur dass die drachen einen echten wendekreis wie so ein bus haben wenn sie fliegen so du musst du zwischendurch x drücken wenn sie anhalten soll soll ja nie anhalten soll drehen wir gucken dem spielchen bei dir mal zu na großartig ja guck mal wie man jetzt trifft ne so wie immer zu not das mit den drachen hoch das bist du na zu not gehst du runter auf dem boden so gut deswegen werden die wahrscheinlich auch nichts treffen ne komm kanu rösti am spieß aber nicht anrösten wenn du auf dem feuerdrachen bist bist du gegen feuerimmun ok level up sehr schön leben hat er genug denke ich mal erstmal ausdauer ach lass uns mal gucken ob der giga da ist jo hier oben tapert er doch rum wenn wir Pech haben immer wenn ich dann irgendwo anders wo auch von mir aus auch bleiben kann ja ich auch nicht sehr schön so gut da hat er ja eingesammelt ja guck 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 gelbe bärchen hat er mit mir danke moment moment ich muss mal eben ein tolles foto machen mach das mach das ok jetzt denke ich ab irgendeins davon wird schon was geworden sein ach wir könnten mal hier vorne die burg zeigen im redwood wenn wir einmal hier sind ja burg und drache das passt doch gut zusammen jo hu es ruckelt du kommst nicht denk an Thylas ne ich denke die können die auch vom drachen runterholen ach da soll ja noch mal ach ich werd es merken oder Ja, seit der Drache so klein ist, ist der sehr gut für Redwood geeignet. Ich bin schon bei der Burg. Ja, ich sehe sie auch gerade. Ich komme nur gerade nicht um die Kurve. Ja, ich bin da. Ja gut, Mini, das mit dem Landen, das üben wir nochmal. Ich gehe mal nochmal vor die Burg. Die Burg hat die Besonderheit, die hat zwei Schutzwelle. Hallo Snaggy. Hier haben wir übrigens auch die ersten Schnecken her. Hier ist das Mauerwerk, das wird auch alt gemacht. Finde ich ganz cool. Wenn ihr mit dem Drachen durchkommt, dann kommt es mit allem durch. Ach, Schubsi, nicht dein Ernst. Natürlich ist das dein Ernst. Ich hab's nicht gut. Ich hab's nicht gut. Ich hab's dir doch eben gesagt, du bist dagegen immun. Dir kann da nichts passieren. So, wie gesagt, hier haben wir zwei Schutzwelle. Weg da. Zwei Schutzwelle. Einmal den hier. Draußen könnte man, muss ich, die Tiere hinstellen oder sonst was. Und dann geht's hier in den inneren Schutzwall. Kommen wir gleich nach. Ja. Quasi die Hauptburg. Wenn man das sieht, das schließt da oben am Berg an. Wenn man da oben eine kleine Mauer zieht oder so. Man hat hier also richtig Platz. Wir können mal oben auf den Berg drauf gehen, auf den Hügel hier. Und dann mal von oben runter gucken. Nun, lande. Sehr schön. Da. Da hast du also hier gut Platz bei der Burg. Mini ist auch wieder da. Jo. Wenn man jetzt mal da landen würde, wo ich das gerne hätte. Äh, doch. Sag mal, Redwood. Hier war doch auch eine Höhle, ne? Ja. Die war doch bei 10, 85 oder sowas. Ich glaube. Ich gucke mal eben auf Karte. Was hinkt denn? Müssten wir doch in der Nähe sein. 10. Ja, wir müssten nur. Ach, wir müssten nur da hoch. Lass uns doch zur Redwood-Höhle noch gehen. Jo. Wenn es denn weg geht, dann kann ich auch irgendwann starten. Danke. Die Richtung ist wahr. Ja, ich muss mich doch erst mal drehen. Ist es denn jetzt hin? Die Richtung. Mhm. Ich kann mal da oben Feuer spucken. Wie ist es? Ach, nein. Normal hätte ich jetzt den ganzen Wald mit meinem Feuerteufel hier angezündet. Ja, ich denke. Ich denke, wenn wir schon mal im Redwood sind, dann können wir auch danach gucken. Okay. Kommen wir nochmal auf Karte. Da müsste es circa die Höhle sein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Hallo. Hallo. Hier vorne müsste jetzt gleich der Höhleneingang sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hm. War das denn hier schon mal Schwucht drin? Ja, irgendwie sowas, ne? Jo. Ich meine, hier unten irgendwo war das doch. War das da vorne am Wasser? Ne, hier. Hier war das am Wasser irgendwie, ne? Ja, hier an der Brücke. Oder nicht? Ich habe Strandbild. Ja. Ich bin mal kurz aus Wasser geflogen, damit man sich das angucken kann, wie schön das da aussieht. Mhm. Guckt euch das an, das sieht herrlich aus. So, ich gucke nochmal auf Karte, weil ich meine 10, so ein 80, ach wir sind von 10, 10 schon weg. Ähm, ja. Dahin müssen wir. Irgendwo hier war die doch. Der Höhleneingang. Ähm, warte, ich glaube, ich glaube, nein. Warte mal. Bin ich doch den einen Tag mit dem Rex lang gestiefelt. Da bin ich hier über die Karte gekommen. War doch hier irgendwo. Warte. Ah. Weiß wo. Hast du? Glaube ich. Ja. So, wo ist es? Ja, bleib doch da. Ich habe dich doch eben gesehen. Wo bist du denn jetzt? Ja, warte. Ich muss eben drehen. Ja. Bei dir? Ich glaube, war das nicht hier. War es nicht hier sogar? Ja, hier unter dem Durchgang. Ja, hier. Ich habe sie. Ich habe sie, Son. Lass mich doch hier durch. Äh. Ja, Drachen, lass sie oben stehen. Oh, warte. Ich komme hoch. Zumindest. Na, komm. Hallo. Ja, was pustest du mich hier so an? Warte, ich wollte noch ein Bild machen. Puste mal mit. Eins, zwei, drei, pusten. Sehr schön. So viel Zeit muss man sagen. So, hier irgendwo zu der Nähe. Ach, die Drachen. Können wir auch verteidigen. Steht ja auch neutral. Ah, Chip haben sie auch drin. Ja. Steht deine auch auf neutral. Äh. Ja. Alles gut. So. Dann rein hier. Tag. Ach so, das... Mein Scouter mach ich schon mal an. Wie immer, die bevorzugte Waffe bei uns ist die Tech-Waffe von der Mod. Die Reichweite ist okay und der Schaden, den es raushaut, ist ziemlich extrem. Kommst du mit nach vorne? Mhm. Weil jetzt lädt er gleich die Höhle rein. So war's. Ja, ne? Weißt du, warum ich Standbild habe? Warum denn? Weil ich's kann. Ah, ja. Hm. Also, ich bin bitte da. Ich noch nicht. Okay, dann warten wir kurz auf die Mini-Drecken. Hölle. Alles muss immer auf mich warten. Alles gut. Ja, wieder da. Sehr schön. Dann lass mal reingucken. Hm. Ich folge dir immer unauffällig. Ähm, wir sollten auch ein bisschen langsam machen, weil es ruckert bei mir ein bisschen herber. Okay. Irgendwann hat die Höhle noch nicht ganz drin. Weißt ja meine Technik und so. Ja. Bist da? Ja, bin hinter dir. Gut. Standbild? Ja, ich wollte grad sagen, ich wollte, dass ich Spinne schießen und so geht's schon weiter. Ja, was soll ich machen? Nicht mal da. Ja. Was soll ich machen? Ja. 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 Ja, schon jeder stand da. Ah, bin da da. Alles gut? Jo. Sehr schön. Schon wieder? Ja, ich geh dann von dir weg und schlag immer mit dem Schwert dann. Sollte vielleicht auch noch richtige Werkzeug einpacken. Neben dir noch, rechts. Jetzt hinter dir. An der Wand. Ach, die tun... tun dir nix. Ja, die tun dir nix, ne? So seid ihr mit Viecher. Jetzt ein Gladerium haben. Ja. Na, wir haben noch keine Hose gefunden. Doch eins haben wir, ne? Ja, eins. Das ist aber noch ein zweites zum Züchten. Ja. Also für die Höhle wäre das richtig klasse. Ja. Das wäre ja auch nur auf Speed quasi. Ja. Du. Aber ne tolle Begrüßung. Oh. Endgegner! Da vorne kommt noch eine Schlange. Und vorne kommt noch eine Schlange. So, ich denke mal, es befriedigt hier. Hallo? Gut verwund war das Ding. Oh, nochmal, das ist Fliegevieh. Ach, guck mal, wie cool das aussieht. Da muss man ein Bild von machen. Moment. Das sieht cool aus. Willst du auch ein Bild machen? Ja, wenn du ein Stückchen so... Oh Gott, geht. Kann auch weggehen. Da habe ich deinen Arm drin. Also wirklich. Ich bin doch schon weggegangen. Das ist immer, ne? Ich bin doch schon weggegangen. Ich bin doch da. Ich bin doch da. So. Ja. Vor allem ist es toll, dass ich die jetzt auch sehe. Ja, stimmt. Ich habe das ja vorher alles gar nicht gesehen. Ja. Geht schon wieder ohne mir weiter. Ja, ich bin schon ein Stück weiter. Ich wollte eigentlich ja oben auf Felden landen, aber... Ich bin drüber geglitscht. Na ja. Gibt Schlimmeres, oder? Du weißt doch, ja, ja heißt, ne? L-M-A-A. Such dir jemanden anders zu matzen. Haha. Soho. Links oder rechts? Was meinst du? Ähm... Ich mach mal links. Okay. Schnurren wir erstmal links nach. Los. Entgegner. Schon wieder? Ja. Entgegner. Ja. Entgegner. 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 Ja. Entgegner. Hier ist mehr los als in den anderen Höhen jetzt, ne? Die Hülle ist ja auch ein bisschen größer, ne? Ja. Hier kommt der Kammerjäger. Irgendwo höre ich, ne? Ist in der Wand drin? Wahrscheinlich. Weißt du doch. Noch eine? Nö. Oh. Snackies. Haben's aber überlebt. Oh. Immer hin, ne? Ah, die fliehen schon von dem ganzen Gemetzel hier. Ja. Besser is. Na, hier muss er auch nochmal ein Bild machen. Au. Toll aus. Überall bevor die Spinne kommt. So. Ne, hier ist wozu blöd, da hochzulaufen. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt ist es wieder da. Nicht runter. Jetzt. Soll ich zur Seite gehen? Ja, alles gut. Es ist ja nicht schlimm, wenn du da nicht gesehen bist. Na, so schon. Da hinten. Oh, ich will auf jeden Fall da oben mal hoch. Da. Warum nicht? Versuch auch mal mitzukommen, ne? Oh, hier sind Bären oben. Au, au, ich hätte gerade irgendwas unten angeknabbert. Ich sehe nicht, wo du bist, sonst... Ich bin runtergefallen, so wie immer. Okay. Jetzt sehe ich dich, aber... Ach, herrje. Na, ich wollte mir gerade mein anderes Oberteil anziehen. Ach so. Wenn ich runtergefallen bin. Ja. Ich mach lieber mit Flügel. Das klappt bei mir im Moment irgendwie nicht. Guck mal, da ist ein Teddy. Der liegt da voll rum. Ich sag mal, war hier oben nicht irgendwo ein grüten Hut? So von der anderen Seite von dem Baum? Cool. Also von dem Kleingedöns hier auch. Mal schauen. Äh, hier nicht, ne? Wann? Sieht aber trotzdem cool aus. Ich wollte einfach ein Bild machen. Man kann die Vergiftung mal wegnehmen. Ich möchte gerne ein Foto machen, ein schönes. Ich hab Bild gemacht. Oh, ich nicht. Aber bei mir leuchtet alles noch rot. Ach, da oben ist ein Höhlenloot. Überm Wasserfall. Ja, dann werden die ja. Vielleicht hab das irgendwie irgendwie im Moment ein bisschen überbrannt. Ja. Oh. Bauplan für'n Revolver mit 447 Schaden. Mhm. Und ne Pelzjacke mit 555, ähm, Rüstung. Dann ruhig geht los. Mini Frosch im Hals. So, jetzt kommt wieder zurück. Ich hab mittlerweile meine Frosch gemacht. Sehr schön. Dann lass uns nach unten und weiter gehen. Aha, da vorne sind noch Teddy's, ne? Ja. Ja. Oh, oh. Die schlafen aber alle. Dann schlafen sie aus. Kommst du auch irgendwann runter? Ich warte hier auf dich, ne? Hinter dir. Hinter dir. Ja, dann sag doch was. Ach, das scheint ein Rundgang zu sein, denn wir kamen von da hinten. Mhm. Ja. Okay. Moment. Das war immer ein Gedanke, wa? Warum? Ich will auch grad Foto machen. Ja. Bin fertig. Ja. Aber hier war doch auch ein Artefakt drin, oder? Weiß es nicht mehr. Ja. Ja. Dann ist schon ne Weile her. So. Da müssen wir hoch. Achja, das war die Geschichte. Ja. Ich... Hier oben. Genau, und dann ging's da hoch. Ach, na klasse. Bin ich wieder ganz runtergefullt. Aber warum macht es denn sowas? Weil es das kann. Ich habe doch auch ein defikat. hots auf Serting mir aufgeblasst. Oh, okay. Ich coat dir das Amsterdam. Also hier liegt noch nichts totes rum, also hier waren wir noch nicht. Da oben ist ein Höhlenloot. Ach genau, und da vorne ist dann das Attefakt. Genau so war das. Ich bin mal eben bei Höhlenloot. Da kommst du wieder hoch. Ja, Rotflinte mit 229 und Chitinrüstung mit 275. Beides Bauplan. Ich mach mal von eben hier ein Bild. Das muss ich von der anderen Seite auch machen, bevor wir Attefakt einsammeln. Denn da ist das Attefakt. Meine ich doch, hier war eins drin. Komm mal erstmal zu dir. Hallo. Hallo. So, dann geh ich jetzt erstmal rechts rum. Also hier, geradeaus. Okay. Ich will mal gucken, ob man von der anderen Seite auch noch ein schönes Foto machen kann. Bestimmt. Vielleicht kann man ja das Attefakt dann auch noch da erkennen. Das Bild. Deswegen sag ich, bevor wir das einsammeln. Das sieht gar nicht schlecht aus. So. Und dann mal hier den Berg hoch. Ist hier oben irgendwas, was mir im Popo beißt? Äh. Nö. Ist auch Ender. Okay. Mal den Rand stellen. Ist zu weit oben. Na, das ist doch ein schönes Bild. Na. War auch gerade am Dingsen. Vor allem der Drachen da oben, der sieht richtig cool aus. Ja. Davon musst du mir auf jeden Fall noch ein Foto machen. Ja. Mit der besten Grafik und so, ne? Machen wir. Wo bist du? Ich bin etwas weiter am Rand. Ähm. Warte. Weil ich wollte jetzt rüber gehen. Ich bin ja an der Seite. Bin ich zu dir. Gut. Ich stand da hinten hinter dem einen Dingsschraubfoto gemacht. Hallo. 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 Die Startungen sehnen echt cool aus, ne? Ja. Muss man ja so sagen. Um sich sowas einfallen zu lassen, ne? Ja. Sieht aus wie so ein alter Tempel oder sowas, ne? Ja. Cool. Da oben ist auch noch ein Höhlenhut. Der schön. Da ist auch noch ein Höhlenhut. Ach, da ist das auch noch ein Gorilla. Ja, ich weiß. Ach, und da ist die Brutmutter. Denken wir, das sind doch die Bosse von Dings. Naja, das sind die drei Bosse. Das ist die Brutmutter, dann dieser Gorilla und hier der Drache. Komm gleich wieder. Oi, ich stege auch mit dem Drachen drauf. Ja, dann bleibt mal da oben. Da können wir uns dann gleich... Ach, warte. Stopp. Soll ich da hochfüße? Will ich eben mal zeigen, welches Artefakt das ist. Na, klasse. Bin runtergeglitscht. So, das Artefakt sammle ich schon mal einmal ein. Das ist das Artefakt der Schatten. Das ist hier zu finden. So. Äh, ja. Dann kommt es noch zu Ticho. Moment. Woher meinst du dann gleich? Nehmen wir auch eben das andere Oberteil an. Stellen wir uns hier drunter, dann? Ach, drunter. Ja, warte ich. Komm, wie ist hier oben drauf stand. So, ich will mal eben gucken, ob man da... ...schön sehen kann, wenn wir den Drachen machen. Ne, wir müssen weiter zur Seite. Nach. Ne, zur anderen Seite. Nein. Neun Stück. Da kann man doch ein schönes Bild machen. Da kann man mal näher rangehen. Ja, das sieht cool aus. Ja, Moment. Ich muss auch wieder reinscrollen. So, Leute. Dann sag ich mal... ...hier aus der Redwood-Höhle... ...bei dem coolen Drachen... ...sagen wir dann mal... ...Tschüss und... ...bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.